hallo und willkommen zurück zu stoneheart oder wie es gerade aussieht zu ich mach gerade meinen rechner tot ihr seht was hier gerade passiert das sind alles fehlermeldungen die ich nicht erklären kann weil ich keine ahnung davon habe aber irgendwas passiert hier und mein rechner rechnet mit jeder fehlermeldung schlimmer im arbeitsspeicher sehe ich gerade wie stoneheart nach und nach den arbeitsspeicher immer mehr vollräumt es sind jetzt gerade schon zwei prozesse von stoneheart einer bei 1,5 gigabyte einer bei 1,6 gigabyte jetzt überholen sie sich gegenseitig einer bei 1,7 einer bei 1,9 gigabyte arbeitsspeicher die fehler scheinen jetzt erst mal gecappt zu sein bei dem punkt oder er rechnet nicht mehr weiter oder irgendwas anderes aber es scheint so ich hatte erst schon versucht den aktuellsten speicherstand den ich manuell okay der macht weiter die fehler es bringt übrigens nichts das zuzumachen das ist immer noch so dass es dann weitergeht das sehe ich am arbeitsspeicher der dann immer weiter höher geht wir sind schon bei zwei instanzen von stoneheart die jeweils bei 2,4 gigabyte sind also es sieht wohl so aus ich habe jetzt schon wie gesagt zwei speicherstände versucht die haben beide das gleiche ergebnis geliefert als ob ich gerade nicht mehr spielen kann ihr merkt wie das leckt wenn ich hier was versuche zu bewegen der spielstand scheint irgendwie kaputt zu sein ich werde noch mal in die letzte folge reinschauen ob ich irgendwas finde was ich gemacht habe aber jetzt kann ich erst mal nicht viel machen außer wohl erst mal aufzuhören ich werde mal ein wie gesagt noch mal schauen was ich in der letzten folge gemacht habe vielleicht einen früheren speicherstand laden ob das auch passiert wenn es auch passiert dann kann es sein dass irgendwas vielleicht noch ist dass der herr meister dr wiese mir helfen kann wo es dann kurzfristig behoben wird ansonsten kann ich gerade nicht viel machen leider wie es aussieht ich bin jetzt bei einer instanz bei fünf gigabyte und gleich ist der arbeitsspeicher voll obwohl ich habe 16 gigabyte das geht erst mal noch aber fünf gigabyte für stoneheart rechnet man menschen nach langer zeit mal wieder bereit erklärt doch mal die zeit zu nehmen und als erstes stoneheart aufgenommen weil ich habe ja jetzt ewig lange nichts mehr aufgenommen außer terraria zwischendurch an dem sonntag aber das erste was ich jetzt aufnehmen wollte war stone hat weil ich schon so lange keine folgen mehr genau gebracht habe und jetzt das ja das ärgert mich ein bisschen ich hoffe dass die aufnahme dadurch nicht kaputt geht jetzt aber na gut also wir haben jetzt gerade mal drei minuten video oder nicht mal drei minuten video aber wie gesagt ich werde nachschauen ob ich noch was retten kann ansonsten kriegt ihr jetzt erst mal nur drei minuten stoneheart video tut mir leid ich wollte nur mal zeigen also eventuell bis gleich eventuell aber auch bis zum nächsten mal wann auch immer das sein wird